Ein Hitzekollaps ist eine Fehlfunktion des Kreislaufs. Um die Wärmeabgabe über die Haut zu verstärken, erweitern sich Blutgefäße in der Peripherie des Körpers. Der Blutdruck sinkt drastisch ab, das Gehirn bekommt nicht genügend Blut. Die Unterbrechung der Durchblutung führt zu Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen und letztlich zum Verlust des Bewusstseins.